noch um so ein paar zu kommen komplettes autobahn und nutzt und sind jetzt Spitzleinig mit der oder überein Ich hab keine Ruhe Wo bist du? Ich hab keine LOL Wo bist du denn jetzt? Ich bin hier oben drauf Na ich bin jetzt von mir ganz unten LOL Zombie Ich komme Der Zombie hat mich ge... Woah Alter Stier Mach du dir das am besten jetzt mal immer Ich weiß nicht wo du bist, wo bist du? Ich bin ganz unten Ich bin schon wieder draußen Ja wo draußen? Wo rausgegangen? Da bei dem Treppenhaus Erstmal da in der Mitte treffen wo der so brennende Fass ist Ne ich bin von da wo ich gekommen bin Ja he Und das weiß ich auch Wo dahin Bist du in der Nähe vom Kran oder so? Ne ne Auf der genau anderen Seite Ich komm jetzt in den Haupteingang Ah ich seh dich hallo Dreh dich um Da hier umdrehen 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 Ganz rumlaufen Lass mal kurz die Militätszelt abchecken und da muss ich eben kurz kacken gehen Da rennt schon wieder ein Zombie Mach du den oder soll ich? Wo rennt der denn? Weil der hört auf kurz zu rennen warte ich mach den kurz Boah Wo hinter der kommt der rein? Da mach du den Was jetzt das ist mitgenommen? Ja Warte, soll ich den Rucksack packen? Mh Ja bleb stehen Oh Ffff 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 Letl of the back Hey, Geoff Flemical Lake Äh Not fast Hast du noch was reingepackt? Ja Ok Baked na bucket beans Weil du ni- weil du nichts hattest Baked beans b- wo wir militär zählte das alter kommen wir die uns alle sehen auf dem server das ist richtig heftig mann da stirbt mann rechts ja ich bin schon bei mir was er da direkt jetzt vor uns sieht uns jetzt was er oft ist und ich hab mal axeln rücken raum wie die wie viel ist es wieder gesehen haben alter ne auf der anderen seite vom zornbläufer verfahren sollte man mich auch die ganze zeit hallo ja guck oh mein gott lauf ich weiß dass sie zum schlosen hallo ich kann sie jetzt umkippen danke müssen zinger laufen hallo ich unterbreche ganz kurz die aufnahme ist gleich klose doch da sind wir wieder und dahinten läuft direkt bei glaub ich ein spieler nirgendwo ein zornbläufer krunden zahlkumpiert wo ich bin am bluten aber da kommt ein zornbläufer auf mich wie schnell ist der zornbläufer wo bist du denn hallo ich steh ich an so ner wand wo bist du denn ich steh an so ner wand fick dich bist du unter den bisschen da wo wir die ganze zeit waren bist du schon von weg bist du hier hallo stopp äh ah da sollt ich verbinden ja will ich vorschlagen hm mach ich aber nicht ich kann ja meinen achst im kopfraum soll ich nein und wie ich mich jeden hocke alter und wie ich hier hocke alter achte weil meine magazine sind wieder voll geil ich möchte meinen rücken ramm halts maul warum hast du mal ein bisschen schüttelkiller ne hab ich selber was spänkiller schüttelkiller im übrigen ist der das auf dem server hm ne wir waren gerade auf dem server da war der kiko vom vbt auch drauf hm hm kiko auf jeden fall warte bleib stehen ich geb den zombies da vorne hm boah skiller jungen hm 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 ich bin hirn 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 ja kein plan das ist veteran mann ja und der war hinterm berg das ist der schick jungen anstatt dem kils statt zu den kürzern du hast du eine achst man die ist leiser ja und ich hab dich schon richtig schlimm die hitz gefressen ja und wir sind im krankenhaus ja heuloch halt's maul hm 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 hirn er fühlt sich hirn schr d ich bin hier m hm 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 auf so 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 die hier so guckst du in die Zelti und was alles hier liegt ne AK hier liegt ne Handing-Eye hier liegt ne Flashlight military, dat geschehen nimmst du doch mal alles, was es vergibt 17 mal 10 mal Hallo, Block mich doch nicht, ich sollte mein Axten-Kopfraum Kollektion fertig machen Du musst ja hier bitte ne AKM Yo, is no crap Wollen wir uns denn endlich mal nach Norden aufmachen Ach schön Waren wir eigentlich schon einmal, ach ja wir waren einmal bei dem Elfhild und dann sind wir gestorben Warte mal, sieht man mal seine Waypoints auf dem Server hier Ja, oh der Server gefällt mir jetzt schon Ok, wollen wir noch kurz Feuerwache oder wollen wir direkt nach Norden gehen? Feuer, Feuer Ach ja, im Supermarkt Alles klar Alles klar, Kommissar Wir sind das, dass ich einen neuen Rucksack finde Jetzt ein Auto wäre schön Oh ja Hi Hitler Ah, ne, doch nicht Hätte das, das hab ich nie gesehen Ich auch nicht Ich hör die ganze Zeit irgendwelche scheiß Fliegen an meinem Kopf vorbeisausen Was ist denn mit dir? Warum stinkt mein Typ so hart? Du stinkst Guck mal, die Zombies erinnern uns bestimmt schon wieder gesehen, oder? Die sind gerade erst gesponsert aus dem Haus, ey Oh Junge, ich hasse das Dieses Spiel ist so schwul Guck mal, guck mal, wie schnell die sind Piss dich, ey Soll ich auch schießen? Ne Es ist so extrem gay, dass sie die ganze Zeit so zickzack laufen und sich durch Wände baggen und einfach so extrem schnell sind Das ist das einzige, was sie in dem Spiel noch beheben müssen, finde ich Boah, da, 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 da freue ich mich schon auf der Sette, ey, auf Vorsicht Na, ich, ich freue mich extrem auf dieses Scheißspiel Hör auf, was machst du da? Ich hab da durch meine Dinge geguckt Oh, fuu, alter Was macht das Haus klettern? Hm, und nur nur dort springen Klar Ich glaub, wenn man auf den Kopf von einem anderen Spieler springt, dann passiert einem nichts What? Wenn man von ihm im Haus auf dem Spieler springt, dann steht man Und man soll außerhalb von einem Gottesboden liegt auch Mein... Dingenspack Ja, Respekt Ja, tsch Weiß ja, immerhin etwas Das hat man ein Du hast ja eine M1911, ne? Hm Ja, nicht Moni Ich hab aber glaub ich genug Oder? Ach, ich nehm einfach mal das Mag hier mit Sobald ich M9 SD finde, dann benutze ich immer noch meine M9 dann kannst du meine in 1911 haben wenn du nicht gleich so brauchen G17 oder was ich nicht findest zumindest auch schon G17 Moni in so'n Zelt ja hab ich gesehen willst du in die Häuser da auch noch her in die Ghettos? in die Ghettos das wir machen, da ist ja auch ein kranker naja, Garfekbugs, wenn ich da hinkucke oh, ich auch ah ne, aber nur doch, ja, stimmt ich geh mal in das hier rein geh ich in das daneben? ich hab aber nur Grafekbugs, wenn ich zum check your fire! äh, wenn ich zum krankenhaus guck gut, dass man hier nirgendwo rein kann ach, doch, hier kann man rein ja, man kann überall rein, hier das aber ganz oben zumindest ja, oben big beans baby nimm mal AKM-Mangelazine mit wenn ich findest ja so, lay end field so brauchst du auch ach ja, ich hab jetzt ja night vision Leute, guck mal, das ist night vision da könnt ihr in der Nacht sehen oh ne, ehrlich, ich dachte das wär für'n Tag ich weiß nicht, vielleicht können die Leute ja kein Englisch ich weiß nicht, vielleicht können die Leute ja kein Englisch ich weiß nicht, vielleicht können die Leute ja kein Englisch also hier kann man nirgendwo rein nur ganz nah, aber ganz oben kann glaub ich gar nichts sein, oder? wo? auf dem Dach kein Plan ein Kompass, cool, ne? ich geh mal in das Haus dahinter rein da hinten in das dritte was hat denn nun? ah, ne, in das ganz hinten halt als ob, als ob die, ja natürlich, die Zombies haben mich jetzt natürlich nicht gesehen oh, oder auch doch was? Could not connect to BI Master du auch? what? LittleEyeClient sagt mir, man konnte ja nicht connecten äh, nö Client attempt failed bist du rausgeflogen, oder wat? noch nicht mh, nö bist du jetzt in das Haus ganz rechts gegangen, oder das auf anderen Straßenseite? ich bin das, äh hinter dem, in dem ich eben dran war so, okay Crowbar brauchst du nicht zufällig ich nehm mal Needpack mit Needpack mit ich muss immer sagen ich hab nichts zu trinken mit, glaub ich also nicht viel oh, okay, drei Stück und im Rucksack so, oh Gott doch, ich hab ein bisschen zu viel trinken ich dachte, ich hab gar nichts dabei LOL oh, hier ist ne Double-Leveled cool fuck you kriegst du grad damage? hä? kriegst du grad damage? ja, woher weißt du das? ich hab das gehört hab ich das gehört oh, Junge hör mal auf, zähl oh, oh, es ist so gay ich hab glücklich keine Money mehr von Markaufmann abziehen wow ich hab vor langem keine Markaufmann gefunden ich auch nicht, hört mir Gott auf, doch vorhin glaube ich in einer Feuerwehr war eine Markaufmann, oder? weiß ich nicht genau welch Maus bist denn du jetzt? Single-Leveled das und woher